Ich bin der Flamor Charles, wir stehen am 31. Oktober 2021. Ich versuche es momentan mit dem anderen Gerät aufzunehmen. Das ist hier unten. Das ist hier seit mehreren Minuten. Vielleicht werden die Flügel auf oder so, ich weiss nicht. Ich fühle mich da nicht aus. Hier unten im Bild, unten links ist ein Schmetterling. Gut.